hallo und herzlich willkommen mein name ist Vectic heute zocken wir die Custom Zombie Map One Window Challenge und mit dabei ist The Reaper und ZHC zum Minuten Jungs hallo servus servus ja Jungs ich starte einfach mal wir kennen die Map schon und zwar haben wir die mit Barock wer war noch dabei Barock und Finn ne 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 wer denn ich ich du also du ich Barock und ich weiß es gerade gar nicht ich weiß es gerade gar nicht auf jeden Fall haben die schon mal gezockt und wir haben bemerkt dass man keine Tür aufkaufen soll und deshalb sind wir letztes mal gefällt und jetzt lassen wir die Türen einfach zu also wenn wir uns hier wenn wir jetzt eine Tür aufkaufen dann spawnen die nämlich hier drinnen in diesem kleinen Raum und das wollen wir nicht und so spawnen die nur hier am Fenster und jetzt wollen wir mal gucken wie weit wir kommen am Ende werden wir trotzdem mal die Türen aufkaufen um das ganze ein bisschen spannender zu machen oder nicht Jungs dann wird es hier richtig lustig wenn wir ausgerüstet sind das sieht so scheiße aus hier hab ich auch eins ne ne hab ich nicht aber da hängt eins das ist die Sache läuft Musik normal Musik? also über die ja ja läuft ganz normal kannst du abmachen was wollte ich sagen heute ist der erste Tag mit meinem neuen Mikrofonschwenkarm das Mikrofon hängt jetzt hier über mir und das ist sehr gewöhnungsbedürftig für mich ich guck da ab und zu drauf also nicht wundern und ähm wir müssen noch die super Audioeinstellungen finden das heißt es kann jetzt sein dass irgendwas zu leise oder zu laut ist das werde ich dann alles im Nachhinein noch ändern ich hab zwar so schon ein bisschen ausprobiert mit Dennis vorher ein bisschen gezockt äh verrückt haben wir gezockt um das ganze richtig einzustellen ey du wirst angegriffen Dennis 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 nein hilf mir geh hilf mir hey hey die haben dir gar nichts getan alter wie hast du das überlebt ich hab ein HIP bekommen oha Zombie Nation das ist voll schwer den Zombie zu treffen wie so ist hier ne MP40 an der Wand und man kann sie nicht kaufen warum hast du ne Maske auch ich hab dir den 2 bekommen selbst schuld ja selbst schuld Hammel sag mir so ein HIP unter mir voll schluss aller ja Kevin hat 2 schon weiß ich glaub was hab ich gesagt ja ich weiß ja ich weiß das heißt eigentlich Wormittel ja ich kannt das ja gar nicht ja das kennt doch eigentlich jeder ja eigentlich wird das hier doch gar nicht schwieriger oder was soll denn hier schwierig dran werden oh HK21 Jungs was wird hier dran schwierig ja ich glaub die Munizierung wird daran schwierig ach Digga hier Insta regelt für 2000 regelt doch boah jetzt bin ich hier komplett ausprobiert jetzt bin ich hier komplett ausgerüstet jetzt bin ich hier komplett ausgerüstet jetzt bin ich hier komplett ausgerüstet das ist so ungewohnt Jungs wenn das hier oben hängt das ist das 401 401 401 401 genau 401 custom zombie Video also wir fangen jetzt grad die dritte Playlist an in eine Playlist passen 200 Videos in eine Playlist passen 200 Videos Kevin schäm dich warum Herr Russe musste den Deutschen verbessern ja Wahnsinn ne heftig gleich nach der Aufnahme springe ich aus dem Fenster aber bitte mach das so witzig mach ich das ist voll scheiße dass man hier die Falle ganz leicht aktiviert ich weiß wenn du dir eine Waffe also die Muni kaufst oder reparierst oder so Punkteproblem werden wir hier glaub ich nicht haben Doggies Hurlhounds ne Ernst ja wer hat das gemacht ich ich hab Wohlstein ne oh wie sie Angst vor Hunde hatten erlass mich ich hab das war für Vorhunde alter ja ja trotzdem alter selbst hier geht das mit dem Kreis drehen Alter er ist Insta gestorben ja ja weil ich schon gefehlt hab so ich dachte er ist Insta gespawnt und dann halt ne 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 you know what I mean ja Dennis alter du hast gar keine Chance den Hund abzubekommen der alte Geier ey Dokter Geier bitte oh krieg auch mal ein bisschen was hier ne One Window Challenge ich find's erst lustig wenn hier die Türen aufgekauft sind ja ich auch dann macht diese Map hier richtig Spaß hey wie such ich meine PPSA weg nachdem ich die Thompson gekauft hab I don't know I don't know my friend du Schweinhund was ist das denn eine P90 war das eine P90 war das eine P90 nice das schön also was denn wir lassen die Muni weggehen ja 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 ernsthaft weißt du vielleicht ich glaub nicht das ist schwierig hier nein hab ich sie angemacht ja muss ich ja gewinnen scheinen ich würd schon gerne das die P90 ey das ist geil dass wir jetzt grade diesen Lab spielen weil wir hier die ganze Zeit am Ballern sind da kann ich gucken ob das zu laut war hinterher hört man gar nichts von uns ey hört man nur das Wiesen mach dir mal mach dir mal was denn das was denn das hä kostet hier ist das für jeden niemals die Muni ist nicht für jeden ne für einen tausender ne ne ok ey man hat denn so einen Merse ach Merse siehste ach Merse siehste gibt's hier Endgame ich weiß nicht wir sind ja letztens jämmerlich verweckt nachdem die Türen auffangen ja wieso kann ich nur eine Waffe haben man ist vermiderlich keine Ahnung wow Digga da sind ein paar Klöne gestorben auf jeden Fall huuuu schon ja P90 geklebt ja was hat Barof denn letztens aufgekauft äh Pekkepunch ne war das? Pekkepunch ja ja Jungs puncht mal du Arsch haha alle tot hahaha oh Mann Alter das war echt lustig wie geht denn das hier mit dem MG ah hier das sieht ja aus Alter wenn man schwenkt ja ja ne ja das ist voll krass oh schade der hat keinen Ton auf anderen Seite gibt's keins ne doch da gibt's eins aber da kann man nicht trennen gehen ja hab ich schon gesehen irgendwie da in der Ecke ja das ist glaube ich für Auto Torred kannst du ja aktivieren da kann man doch wa Alter aber wie schnell geht das denn wir hätten die Falle angemacht ich weil die schon durchgekommen sind ok ah Stamina kann ich nicht mehr holen mal wieder Geier Dennis los ist ja genau so wie der Job und PHD einfach damit ich's hab Hallo ich bin Hunde ja alter wie kann auch Einbildung sein was gibt's denn hier so für tolle Waffen Tanny Leute was was ich hab DG2 auf DG2 seine Waffe ist weg war auf einmal weg ganz komisch ja Dennis hat auch eine verloren Alter nicht dass mir gleich meine DG2 geklaut wird ne 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 die waren ganz unzuchtbar bei ihr ja in dem aber auch okay oh ich war schon wah er sind zu selbst halt diesen Trafikpack aller dieser kann ich mich ja aufholen ne Hallo, geh wieder her Alter Alter, was ist das? Oh nein, ich hab eine Waffe, ich hab Monkeys, Jums Ich hab meine 4 PSars verloren, Alter Wie dem, das sieht das denn aus, wenn ich meine Waffe nicht sehe Ja, voll üblich, ne? Oh, Raygun, Jums DG2 Raygun Läuft auf jeden Fall bei mir, Monkeys Läuft Och ja, ne Mark II Was? Ja, ja, Raygun, also ich hab bekommen Monkeys, Raygun, Raygun Mark II Und hab noch ne DG2 Also, ne? Lass die Türen aufkaufen, Jungs Läuft's nicht Oh Mann, Alter Episch, Mann, episch Läuft auf jeden Fall Boah, G3 Ähm Ähm, 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 ähm Jungs, ich hab jetzt mal was Neues gemacht Ich hab mir jetzt mal einen Tee gemacht Weil ich jemanden Frosch im Hals hab Ich glaub, dass es hilft Hoffen wir doch Türkischer Apfel Türkischer Apfel, oder gar nicht, wow Doch, türkischer Apfel Kommt DG gar nicht Schmeckt auf jeden Fall Hä, ich hab, hä, ich hab Schaden bekommen Oh nein Was? Ja, das ist das falsche PHD Wie kann das falsch sein? Ähm, indem du auf den Boden schießt und Schaden kriegst Bis 1 HP 1 HP bleibt dir dann Wenn ich dann ein Zombie schlägt, dann Arschkappe Ja, richtig Arschkappe? Ja, auf jeden, Digga Aber so richtig Alter, wie schnell spawnen die denn? Leute, lass mal punchen Ja, lass mal Bounce die Bounce die Bettys hier instellen, Alter Angst, wer kriegt denn das? Ein bisschen, ja Oha Danke Kein Ding Hey Hey, fällt immer nur einer um, ne? Handy Bear Ich brauch gar nicht schießen, wenn die Falle an ist Ich tue es trotzdem Hä, wann kriegen wir denn bitte nochmal einen Mörser dazu? Kann man sich die nachkaufen? Bitte? Ah ja, die kann man sich kaufen Ich warte dich an, ich lass dich nicht liegen Der ist nicht Äh, Dennis Oha Okay, verkackt Ja, richtig verkackt Bei uns beiden direkt Ach, Mann Ja, was wird uns denn hier passieren, Alter? Ich hab alles Ihr könnt mal in die Kiste gucken, ob ihr auch nochmal zurückträgt Würde mich mal interessieren Okay, mach du mal alleine nach vorne Yeah, Mann Oha, die hat so ne geringe Schussrate hier Ich brauch ja gar nichts schießen, wenn die Falle an ist, Jungs Muss man das mal merken Hast du die Falle mit Absicht angemacht? Ja, aber die E-Score Oha, so Haben die immer wieder? Musst die nicht abkühlen? Ne Keine Cool-Down-Side Ne Okay Flammenwerfer Bitte lass dein Flammenwerfer in der Kiste sein Hast du ihn da bekommen, Alter? Oha, RPK und HK12 Ja, okay, so Hilfe Ja, komm, wir müssen Hilfe suchen Ich weiß nicht, was das ist Lol Oh, ey, die bei euch auch alle stehen gezogen Jupp Alter Moi Das geht nie ab Hey Oh, 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 oh Passt auf ey, wenn ihr euch Sachen an der Wand kauft, dass ihr nicht aus Versehen eine Tür aufkauft Ach, der hat alles so böse hingestellt, Alter Na, hat er richtig böse genommen Richtig böse, so jetzt hier BOMBEL BOMBEL Hahaha Das mach ich jetzt ein paar Mal auf jeden Fall Ich muss kaum keine Hunde mehr Ich muss echt aufpassen, Alter, das hier Nächste Runde, denke ich BOOM, Alter Ihr müsst echt aufpassen, Jungs, beim Kaufen von irgendwelchen Sachen Richtig mies, Mann Ich kann keine mehr kaufen Ach, kein Ich glaub ich hab mich ja Oh, oh Okay Nächste Runde Oder nicht Nee, kann man doch immer kaufen Ich weiß nicht, warum ich keinen Mörser mehr kaufen kann Ah, jetzt geht's rüber Ja, jetzt geht's rüber Ja, jetzt geht's rüber Gerade ging's nicht Ohne Scheiß Kann mir keine kaufen Pass auf, dass du die Tür da nicht aufkaufst Äh Äh Normal wird nicht Ihr beschätzt mich Was nicht an? Oder was willst du? Äh, schau's angenaut Aus an Hä, wer die Tür aufgelaufen Was? Alter, Fersefaktik Alter, geh ich auf! Da hätte ich einen Hund am Leben gelassen werden, mit dem ne Stunde im Presse Ich werde sie haben Ich werde sie haben Ich auch Oh, Alter, wie halten die aus? Ohne Insta Verarsch dich nicht Ja, komm Leck mich am Ars, Alter Ich bin nur gestorben, weil ich auf dich aufgepasst habe Ach, ja? Oh, Jungs, Alter, kauft bitte keine Tür auf, Mann Ja, jetzt hab ich ne Waffe verloren, wa? Jungs Ja Ja, okay Ich kann doch nicht schießen Alles klar, Jungs, alles klar No Panic No Panic No Panic Alles klar Oder nicht Hä? Was sagst du? Höch nicht So, ich bleib mal ein bisschen hinten, wa? Falls da vorne was passiert Da hab ich immer noch die DG2, meine Freunde Also wir sind wieder die Doofen Jetzt erstmal ne Bombe Boom Oh hohohohohohohoho Oh, Harmon Hä? Guck mal, das ist gar keinen Ungekipp Klar Ja Ich mein, natürlich den DG2 Schuss aber nicht Amen.